Hey Leute, ich bin gerade alleine zu Hause, wirklich ist es so kräftig, ich hasse es allein zu Hause zu sein, zu Hause zu sein, wirklich und vor allem, das ist richtig doof, weil wir haben gerade Stromausfall und das ist das einzige Licht, was ich hier habe von meinem Handy und wirklich... Leute, wir werden heute gucken, wie bei dem letzten Teil, wo diese komische Gestalt war, Leute, hört ihr das schon? Wir werden jetzt heute ein bisschen gucken, weil ich würde ehrlich gerne sehen, was das ist. Nein, 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 ich, ich träume gerade echt. Leute, seht ihr das, wie das sich bewegt? Leute, das kommt irgendwie? Nee. Oh mein Gott. Hilfe. Leute, was war das? Leute, Leute, habt ihr das gesehen? Was macht das? Leute, was ist das? Ich habe Angst. Leute, ich gehe gleich. Ich gehe jetzt nicht an. Ich gehe, glaube ich, in mein Zimmer. Ich gehe jetzt in mein Zimmer, Leute. Leute, ich gehe in mein Zimmer. Ich stehe nicht an. Ich möchte dich an. Ich muss mich an. Oh, ja. Ja, das ist mein Zimmer. Ja, das ist mein Zimmer. Das ist das einzige Licht, was ich hier habe. Mein Handy-Licht. Nee. Ich bin Boa. Ich bin caliber'RE jetzt in dieser generator- Be. Be. Leute, da ist keiner. Was war das? Was war das? Was war das? Was war das? Oh mein Gott, was war das denn? Leute, was sind das Geräusche? Was war das? Was war das? Was war das?